Was ich wirklich möchte, wie ich eine glückliche Person bin und ein Leben, das mich glücklich macht. Ich war nie so richtig interessiert an einer Beziehung. Ich habe auch nie wirklich gedacht, dass ich jetzt unbedingt einen Mann brauche oder sowas. Und so wirklich 100% glücklich bin ich nur, wenn ich eine Liebe in meinem Leben spüre. Ich bin ein Mann brauche, ich bin ein Mann brauche. Ich bin ein Mann brauche, ich bin ein Mann brauche, ich bin ein Mann brauche.